Ich will zackern, danke für die euch bekommen zu der nächsten Folge von... Clash... ... und... 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 ... wird... ... bei Spielermorgen... ... auf... ... und... ... und... ... in dem Falle ein... ... das war jetzt die nächste Woche... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Toll, dünne. Ich will mal was essen, das ist ein bisschen spät. Ich will mal was nehmen. Vielen Dank. Die andere Position hier ist jetzt sehr sehr qualitativ. Hier hat sich auch Fett drauf gehauen. Diese Taktik ist nicht so gut wie das. Kann man das nicht so gut sein? Ich muss das nicht so gut sein. Ich weiß nicht, ob ich da irgendetwas hab. Ich weiß nicht, ob ich da auch nicht so gut hab. Das ist eine gute Kombination. Wir haben jetzt 2.000 Luft gemacht, den wir gut verwenden können. Und ich hab so mehr Gold aufgelöst. Wenn man das jetzt gleich weiß, ob ich verbaut habe, voll. Bruchteint. Bruchteint. Was hat das? Was hat das? Was hat das? Ohne Biss. Was hat man? Den gehen die Leute weg hier. Was hat das denn? Dann werden wir die Leute weg. Dann werden wir die Leute wegnehmen. Dann werden wir die Leute wegnehmen. was was hat er denn mit? na gut gut dann gut auf dem niveau wie ich immer gerne sage tete 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 die 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 Und das ist grandios, meiner Meinung nach nennt sich das echt kultiviert. Die kultiviert auch noch niemand dieser Art an Leuten gefunden. Ja, gute Angriffstaktik, weil sie ist sau teuer und gar nicht. Und deswegen spiele ich auch so die Taktiken. Wie gerade los... Das machen wir auch nächstes Mal wieder, wenn es heißt Jungle Heat. Dschungelbuch. Neu verfilmt wurde. Ja. Kennt ihr den jetzt sonst? Von Junior und Schönen Tag. Zockt vier und herz. Tschüss.